Luftfahrwerk? Ich fülle den ganzen Teil schon. Mach mal runter, die Kiste. Wie sieht denn das aus? Selbstverständlich. So, Franzi, bereit? Chris Haupt bereit. Augen zum Monitor. Ready, set, go! Genau, Franzi, du hast nur 137 Watt nur. Genau, voll krank. Voll krank. Voll krank. Die Franzi hat leider ein bisschen zaghaft losgelegt. Wo, wer ist Chris? Ich glaube, der kann gerade stehen bleiben. Wo, wer ist Chris?